Du schläfst doch noch. Du hast verpennt. Ich auch. Wolfgang heißt du, ne? Ich weiß, dass es nicht gut aussieht, aber ich weiß wirklich nicht... Wie würdest du dich umbringen, wenn du dich umbringen würdest? Die Frage ist doch, warum man sich überhaupt umbringen sollte. Sag doch mal. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Einfach nur mal so hypothetisch. Die österreichische Methode. Nachts in Alpen voll trunken im Schnee einschlafen. Im Schlaf verfrieren. Ich glaube, das ist ziemlich schmerzfrei. Willst du dich umbringen? Quatsch. Ich glaube, dass du ernste psychische Probleme hast, Franz. Ich höre es. Raus! Sie müssen ja einen unglaublichen Durst haben. Ich bin kein Schlaf. Dann entdecken. Oh mein Schlaf. Musik Es ist ein Notfall. Jahr 256, bitte. Kommen Sie sofort. Musik 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 Sie gehen jetzt und Sie lassen sich hier nie wieder blicken. Musik Musik Auf einmal... Ich hab mal das Gefühl, dass alles, womit man sich so rumquält, total scheißegal ist. Musik Also es gibt so vieles, was so wichtig ist. Aber wenn du so rumlebst, wo vor dich hin lebst, dann... Ich hab mal das Gefühl, dass alles, womit man sich so rumquält, total scheißegal ist. Ich hab mal das Gefühl, dass alles, womit man sich so rumquält, total scheißegal ist. Ich hab mal das Gefühl, dass alles... Ich hab mal das Gefühl, dass alles gut rumquält, total scheißegal ist.